Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Pause und es geht weiter mit Dark Edge of Camelot und dem Bone Dancer in Midgard. Im Moment sind wir in East Sveland unterwegs. Wie ich sehe, ich bin nämlich gerade im Stick und ich würde sagen, wir gehen wieder in-game und machen an der Stelle schick, schnuckelig weiter. Das sieht schon mal sehr gut aus hier. Schick ist gefunden. Auch nicht wahrscheinlich. Bestimmt wieder ewig weit verlaufen. Ein paar ganz tolle Geschenke bekommen. Wahnsinn. Heilung. Ein Festchen mit Heilung. Ein Festchen mit Pommen. Sehr geil. Guck ich mal. Zwei Mehrfachtränke. Voller Location klicken hier. So, wo bin ich denn jetzt gerade? Scrona Ravine sind wir jetzt gerade. Was ist passiert? Hast du mich jetzt angehandelt oder Trading bestehend, Walter? Ja. 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 Ich weiß, was ich hier gemacht habe. Weil ich hier gerade auf den Tränken am rumklicken war, muss ich da wohl irgendwie Quatsch gemacht haben. So, die haben, die sind orange, die sind gut eigentlich. Ja, warte mal. Die alle orange. Alle orange, ja. Der eine ist gelb, aber das macht nichts. Mal ausprobieren, was die so können. Gelb Ohrer sind die. Wir holen uns mal den gelben und gucken mal, ob es dafür was gibt. In der Task. Erst mal buffen, ne? Ich weiß nicht, wie viel Power die haben. Erst mal einmal durch buffen, hier. So, wo ist der Bone Commander von dir? Da. Er kriegt auf jeden Fall hier den Absorb und du auch, ne? Da hast du großen, äh, müsste es eigentlich haben. Mal gucken, ob ich den überschreiben kann. Ja, kann ich. Okay, äh, dann hole ich mal so ein Teil, mal wieder auf Alkohol stellen hier und ausprobieren. Da kommen nicht gleich alle. Achso, haha, Moment, welcher ist meiner? Der da hoffe ich? Ne, der ist es nicht. Der da. Taunt und wird. So, jetzt geht's. Und haben wir was gekriegt? Äh, mal eben gucken, ob sich in der Task was verändert hat. Ne. Für die gelben haben wir nichts gekriegt. Ah, für Ohrem ist das was, hm? Brauchst du gerade was Neues? Ohre müsste es was geben, ne? Mal gucken. Das ist ja natürlich kein Speed mehr, ne? Sollen wir uns noch einen holen? Oder? Gelb, Ohre, Gelb, Ohre. Wir holen mal hier so ein Ohre. Mal gucken, was passiert. Ich weiß gar nicht, was das für Viecher sind. Als was die zählen? Als Untote? Könnte, ne? Na, cool. Könnte als Untote zählen. Check. Hey, es ist ja umgeswitcht hier. Ne, was ist das? Animal Creatures zählt das? 4. Animal Creatures hat sich verändert. Zehn als Tiere. So, sind die da hinten. Ah, Ora. Orange. Oh. Aber hier passt schon. Hier gibt es einige, oder? Wie so aussieht. Ah, da steht gar nicht. Das Vieh. Jetzt? Ne, mach noch nicht. Oh, ich treffe den. Aber man sieht das nicht. Sehr witzig. Gelb, 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 Gelb. Alle Gelb. Da hinten ist noch Ora. Der Patrouille. Hier. Patrouillenteil. Ich glaube, der wird sich auch relativ schnell gleich wandeln in... Bei mir ist nicht mehr lang, dann bin ich 40. Ich habe schon gehört, dass es schwierig sein soll, in Midgard passende Spots zu finden, wenn man nicht im RVR Gebiet unterwegs ist. Aber hier sieht es ganz gut aus. Hä? Noch mal. Ah, jetzt. Ja, drei Viecher, drei, vier Viecher reichen uns ja eigentlich. Die spawnen ja recht schnell wieder. Auch Ora. Auch Ora. Super. Ein bisschen näher rangehen. Ich komme nicht dran. Sind hier so schön verteilt. Auch nicht schlecht. Wir gucken uns Toutуже. number Разие selbst zu einer Single-Werkung Und zwar nur noch nicht. tatsächlich ich hätte wetten ich hätte geschworen dass die dass das Animal Creatures waren dass da vorne drei stand ne soll ich Humanoide wieder Humanoide den noch ran hier aber könntest du auch ein bisschen bewegen wir müssen ja nicht auf einer Stelle stehen griffst du das jetzt oder nicht sehr schön Bindel ist nicht weit klar warum nicht war ich auch noch nicht drin wann auch wann auch und womit auch gleich ist 40 den holen wir noch was bringen die eigentlich warte mal Task so humanoide kreaturen bringen erstmal eben reinschauen humanoide haben Bonus von 0 ok soja es gibt ja Schlimmere dafür dass die 0 Bonus haben gehen die aber schon ganz gut ja gut sie fallen schnell um wenn sie zu zweit sind das bringt natürlich dann auch viel Erfahrung raus voll komm es gibt ja aquend her a bon ru r ist Warum rennt denn der weg da hinten? Warum macht der das? Hier bleiben. Das könnte man ab sein. Da war es. Basteln wir mal eben was neues. Das heißt ich gucke einmal ganz kurz rein was ich trainieren kann, ob es da was neues gibt. Weil ich glaube es könnte sein, mit 40 gibt es da nichts, ok. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht einen neuen Commander gibt, aber da gab es jetzt obwohl, warte mal, der ist ja in der Baseline, gut, dass die auf Automatik stehen die Pads. Da habe ich mit 40 habe ich, was habe ich da, einen neuen Single Metz und das war's. Schade, das wird ja mal sein können. Ok. Also mache ich mir eine neue Viecher. Und dann mache ich die Aue direkt nochmal mit hier. Und dann mache ich die Aue direkt nochmal mit hier. So. So. So, das war wieder, das war wieder Dummerchen, taunt an und Schwert an. Jetzt passt er. Wir sind immer noch Ora, das passt. Ne, weil es ist tatsächlich kein neues Pad drin bei Bowen Army. Leider nicht. Letzte Mal, also ich habe gehört, dass das, also der Kollege wusste nicht, der, ich sag jetzt mal hier den Bone Dancer häufiger gespielt hat früher, der wusste nicht mal, ob das mit 40 oder mit 42 kam, neue Pad, kann sehr gut sein, dass das dann mit 42 kommt. So. 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 ist da was resettet worden dann sind die jetzt moment wie spät haben wir denn 22 uhr guck mal guck mal auf deine task fang gerade wieder von vorne an sind resettet worden gerade ging jetzt gerade bei 18 kreaturen auf level 1 in outdoors und gar nicht aufgefallen ach so ich bin doof classic outdoors jetzt im classic gebiet ja du hast ja so recht schande über mein haupt wir sind ja im anderen gebiet das ist ein classic gebiet richtig du hast ja recht ich habe mich schon gewundert wieso ist denn unten level 5 oben level 1 irgendwie kam das spanisch vor aber sind wir doch gar nicht in diesem distrikt also auch spanien aber ich habe gesagt saft so Na, ist Bonner noch einer? Sehr praktisch. So, jetzt hat er gesessen. Mal hin mir rüber, wo war den noch dazu? Wie hoch ist denn dieser Dungeon hier? Du meinst hier den, wo wir direkt neben sind eigentlich? Irgendwo müsste hier der Eingang sein. Den meinst du, ne? Hm. Hm. Ach so, okay. Ich würde mal reingucken, ne? Mal die Nase rein strecken. Können wir mal machen. Also, die Taste ist voll bei dir auch, ne? Nehm ich an. Dann lass uns da mal einmal einen Blick rein werfen. Warum denn nicht? Der Eingang hier, der muss doch irgendwo sein. Hier einmal weg machen das Vieh. Beim Weg. Ach da also. Nächste bitte. Ah, komm bevor der angreift, kommen wir den auch noch weg. Hab nicht so gerne, wenn mir Mobs in den Rücken fallen. Oh, der ist sogar zugewachsen der Eingang. Schön mit Büschen getarnt. Komm gar nicht rein, oder? Oh. Uhu. Hä? Ja, kann wundern, dass den keiner kennt. Also, ich komm noch nicht rein, du? Äh. Sehr witzig. Ah ja. Hab ich. Äh, klar hab ich den dabei. Die Shadat. Wieso? Sollen wir wegporten? Oh. Oh. Äh. Äh. Okay. Westgruner. Kriegen wir hin. Dann bis gleich. Erstmal anrühren das Ding. Alles praktisch, dann kann ich gleich nochmal verkaufen hier den ganzen Keks. die Beihabe. Mal schnell nochmal reinschauen hier. Das Teil ist gar nicht mal so gut. Nö. Ach komm, verkauf den Käse. Samhina gucken, alles gut. Erstmal kurz anwerfen. Äh, beim Trainer brauche ich auch nicht vorsprechen. Alles gut. Kurz den lieben Mechant einmal konsultieren hier. So. Weggerobst. Miss. Repair All. Sieben Gold. Ja. Kriegst du. Skona. 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 Nach GNA. So. Jetzt. Mal wieder ein bisschen reiten hier. Lange nicht mehr. Auf dem Pferd gesessen glaube ich. Ich kann mir das erinnern, warum heißt denn das Pferd Pferd, das Pferd doch gar nicht. So. So. Und jetzt seid ihr dran. Kannst du so schön Kinder mit verwirren, ne. Das ist echt. Warum heißt das Pferd Pferd? Das Pferd doch gar nicht. Hä? Was? Wo bist denn du? So. Hoppala. dann mitgekriegt ich komme so den grünen punkt ich denke was du mit dem grünen punkt ist denn der grüne punkt ist das ein back nein ich komme da bin ich so der commander ist der einzige der überlebt hat die anderen petz entwick gar nicht mitgekriegt hier werden wahrscheinlich schon viel früher aussteigen müssen richtig ich hänge mich mal wieder dran du kennst den weg frage mein speed ist da oder doch mein speed ist da ja was schon auf die weise renne ich wenigstens nicht davon ah da oben spindel haller da geht's hin sehr schön würde dir gerne speed abgeben funktioniert aber nicht kommt mir das so vor oder ich habe so den eindruck mitgekriegt ist wirklich so ein bisschen der ich sag jetzt mal der kargen landschaft der wikinger nachempfunden weil irgendwie habe ich immer so den eindruck dass es hier so ein bisschen trostlos ist was was so bei allem und so so kleine städte sind mit mit häuschen und so das sind hier eher so kleine hütten oder zeltlager er sieht ja komisch aus merkwürdige viecher hier so ungefähr vermute ich auch mal ah da ist der eingang sehr gut was macht der hier gibt er irgendwas ne gibt keine quest ne er steht da nur rum so ein laufen muss alleine so dann würde ich sagen basteln wir uns erstmal wieder die army und dann weiter aber wir sind ja so lange unterwegs gewesen da können wir uns auch einmal die komplette buffrunde gönnen oder immer bleibt mal stehen so moment kommt sofort da der nach dann der nach da meiner kriegt auch noch welche so jetzt die sind alle irgendwie gelb so ja hier sollte man jetzt warum macht der nix meine verstehe die welt gerade nicht mehr was warum macht mein commander nix moment bitte und jetzt aber los darf doch mal an da passiv oder was ist los er greift nicht an er steht da nur rum moment passiv defensiv jetzt nochmal lass mich mal gucken ob ich jetzt greift er jetzt was an jetzt greift er was an ok so gewundert hier wollte gerade nicht war buggy konnte drücken was ich wollte kam nix er stand auf defensiv das ist richtig das wollte ich ja auch aber ich habe ja auf angriff geklickt und da kam nix das war ja das also ich habe quasi ich habe auf die auf der sechs habe ich angriff liegen und da hat er nichts gemacht er wollte nicht wenn nicht dass der hier durch die wände lackt weißt du es sind dungeons ein übel das ich vermeiden möchte aber wir können es ja mal ausprobieren ich stelle mal auf aggro gucken was passiert wenn er gleich davon flitzt dann muss ich ganz schnell auf defensiv klicken das habe ich auf 8 liegen gut auf passiv so so wollen wir auf defensiv gehen hier besser ist das was brauchen wir dann noch hat der den dann her geholt so jetzt aber noch so ein geraffel das ist ja das ist ja bei ja hier eigentlich relativ häufig das ich glaube aber nicht dass wir hier irgendwelchen task fortschritt haben werden weil die hat alle gelb sind also da der eine formel davon der ist ora hole ich mal alles andere noch ein boni links von uns wir müssen hier durch oder was? hier durchkämpfen? gehen wir hin und dann mal durchlaufen hier einfach alles mitnehmen ich gehe mal auf passiv wir lassen uns mal einmal durchlaufen so ok und dann gehen wir auf aggro und dann lasst uns den mal hier, lasst uns mal alles weg machen was hier so ist zack so weg weg oh achso ich dachte schon ich dachte schon gerade du wärst umgefallen wo will der denn jetzt hin? passiv mal wieder zurück hier so sehr schön wir sind durch ok wir haben ja noch einen ach so das schaffen die alleine welche richtung müssen wir denn? hier durch? komm wir lassen ihm seine mobs hier laufen wir hier weiter ah sehr schön die sind gelb, wo der eine nicht, der eine ist ora der linke ist ora, da nehmen wir noch mit ja ähm ich folge dir wenn ah ok noch einen gang ach da ok alle da ja sehr schön uch aha wann ist das verzweigt hier alles? ist ja Wahnsinn da soll man durchblicken da soll man durchblicken Attacke noch einer ok Attacke oh Moment ungewollt habe ich ihm dazwischen gefunkt, habe ich gar nicht gemerkt so so Attacke jetzt aber fix los mach schon werfen ich sehe kaum was ich sehe kaum was ich sehe kaum was ich verstehe ja so blöd meine mana ist irgendwie alle ha 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 Jetzt kommen wir in die tieferen Gefilde. Sehr schön. Könnte ja vielleicht mal hiervon einnehmen. Das ist besser. Ich habe zwar schon einen recht guten Mana-Reck, aber mit deinen Tränken wird es natürlich noch viel besser. Ah, sehr cool. Da hat er sich geholt. Ah, cool. Den möchte ich. Den roten will ich ja auch. Schreif mal dahin. Los, an dahin. Hol sie den roten. Geht es hier noch durch oder ist der Dungeon hier zu Ende? Ah, scheint noch weiter zu gehen. Okay. Aber rot ist doch schon mal eine Hausnummer. Das ist doch schon mal gut. Oh, äh, ist ja richtig was los. Auch mal rengen. Wo sind eigentlich meine Viecher? Kann man mal einer sagen, wo meine Viecher sind? Irgendwie tot. Irgendwie weg. Oh. Mach mal was Neues, ne? Wer weiß, was hier so gleich angerannt kommt. Hm. Irgendwie tot, ja. So, jetzt sind sie nicht mehr tot. Wo wollen wir denn hin? Irgendwo durch, irgendwo runter? Ich glaube, hier ist der andere gerade durchgelaufen. Was ist denn hier hinter? Sollen wir da mal reingehen? Was ist das? Ach so, gibt es die nicht mehr, funktionieren die nicht mehr? Oder? Ne. Tatsache, schade. Ah, das ist natürlich schade. Schade, schade. Ah, gut, dann holen wir uns hier sowas. Äh, jetzt habe ich natürlich meinen Commander wieder nicht umgestellt, ne? Sword und Taunt, bitte. So, jetzt. Warte, taunt jetzt sofort. Taunt, habe ich gesehen. Oh, da ist was Lidernis. Woll das? Mal eigentlich schon drauf machen. Ach, du lieber Gott. Kommt denn näher? Oh. Äh, äh, ähm. Was ist das denn für ein Vieh? Orane-Mobs auf einmal lila. Hallo? Ähm, ja. Nö. Wer glaubst du da dran? Dafür müssen die erst mal wissen, dass wir hier sind. Wo wir sind. Was ist das denn für ein Vieh? Das Da- und Fortvieh. Jetzt ist es auf einmal wieder hier hinten. Okay, da sollte man dann nicht mehr hinlaufen. Dann eher in die andere Richtung. Naja, dann müssen wir halt hier rausporten. Was soll's? Machen wir Release. Da ist das gut. Sagt eigentlich die Uhrzeit. Oh. Äh, ja. Ich, ähm. Werde auch leider in Anbetracht der, äh, doch, ähm, fortgeschrittenen Uhrzeit. Und dass ich morgen früh aufstehen muss. Jetzt hier den, äh, schließen müssen. Das lässt sich leider nicht anders machen. Das war kein schönes Ende jetzt, aber es ist eins. Ich gucke nämlich gerade mal so auf den Tacho und stelle fest, wir haben schon, äh, gleich, äh, wir haben schon nach halb elf. Ja, bei dir bedanke ich mir auf jeden Fall für die, äh, coole Runde hier. Das hat echt Spaß gemacht. Mal wieder hier eine Runde in der Mini-Gruppe zu zocken. Und, ähm, ja, bei, äh, euch meine Lieben bedanke ich mich aufs Allerschärfste fürs Zuschauen und Mitmachen hier. Ich wünsche euch eine super angenehme restliche Nacht. Und natürlich eine angenehme Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und, wie sagt man so schön, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.